Willkommen zurück zu Rios Classics Breath of Fire 3. Beim letzten Mal habe ich den Glausberg betreten und habe Rai wiedergefunden. Allerdings wissen wir jetzt auch, also Tipo und ich, warum Rai überhaupt hier hochgeschickt wurde. Denn hier gibt es ein Bergmonster, das regelmäßig in den Wald kommt und ein paar der Tiere dort reißt. Mal zumal. Und nun ist Rai's Aufgabe auch unsere Aufgabe geworden und wir müssen uns dem Monster stellen. Und es ist genau vor der Tür. Er steht früher auf, oder? Und das ist Nui oder Niu oder wie auch immer. Niu oder ich werde ihn einfach glaube ich Nui nennen, weil schließlich, ja der Name ändert sich nicht, egal in welche Fassung man spielt. Ähm, ich werde es einfach mal deutsch aussprechen, sagt Nui dazu. Nui ist ein... Etwas. Ich hab keine Ahnung. Ähm, der Vorteil bei Nui ist, dass Nui, ähm, feueranfällig ist. Bedeutet, wenn wir mit 3 einfach nur ganz normal angreifen, mit Tipo den aufbrausten Zauber nutzen und mit... Riu... Warte, mit Tipo den Zauber anwenden und mit Riu angreifen, sollte alles in Ordnung sein. Wir haben allerdings jetzt einen entscheidenden Vorteil, da Tipo bei mir schon Simon beherrscht. Und Simon macht so viel Schaden, dass der Kampf bei ich im Müllkommunix beendet ist. 23. Haut ziemlich krass zu auf Rai. Aber Rai ist eigentlich nur der Tränk. Hm, für mehr sind nicht da. 42 Damage. Das muss man sich mal geben. So, wir hauen noch ein Simon rein, einfach weil wir's können. Und Riu soll ganz normal angreifen. Es macht Sinn, hier, ähm... Wow. Es macht Sinn, hier auch mit Riu Schutz anzuwenden. Normalerweise. Da ich aber so kackviel Schaden mache, ist es eigentlich völlig egal. So, ähm... Ich denke, es müsste fast schon gegessen sein. Deswegen... Mache ich jetzt keinen Simon mehr. Einfach nur, um meine MP zu sparen. Und Nui flüchtet. Das ist nämlich der Punkt. Wir können Nui hier nicht töten. Kommt, ihm nach! Der Feind ist geschlagen. Wir bekommen keine EP dafür, weil wir ihn ja nicht gekillt haben. Und wir müssen jetzt folgen, denn Nui flüchtet. Wir werden erst mal diese Statue nutzen, die die Leute, die die alten BOF-Teile gespielt haben, noch kennen sollten. Das ist die Drachenstatue. Die typische Drachenstatue. Ähm... An der man in alten Spielen immer gespeichert hat. Ich möchte hier einmal kurz speichern. Einfach nur, um den Fortschritt mitzunehmen, dass wir Nui schon abgewehrt haben. Speichern hier drüber. Mein Gott, so lange habe ich ihn mitgespeichert. Da oben ist noch ein Item, das möchte ich noch mitnehmen. Würde mich allerdings Zeit kosten. Ein schöner Trick übrigens, falls man den Gegnern aus dem Weg gehen möchte. Was ja eigentlich kaum möglich ist durch die Random Encounter Raid. Ähm... Ist die Tatsache, dass... Moment... So. Dass man, wenn man am Rand läuft, eine geringere Chance hat, dass Gegner spawnen, weil das Kampffeld dann zu klein ist. Heißt also, wenn man den Gegnern aus dem Weg gehen möchte, immer am Rand laufen. Weil dann kommen keine Random Encounter, weil das Kampffeld, wie gesagt, zu klein ist. Random Encounter kommt nämlich erst, wenn genug Fläche zum Kämpfen da ist. Und die Fläche ist nicht da, wenn man am Rand läuft. Finde ich saukool. Also wenn man es mal weiß, dann ist das saupraknisch. Und ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass das Chico ist, weil... An sich... Es ist ja ganz praktisch, wenn man den Random Encounter entgegen kann. Ja. Feind ist besiegt. Ähm... Reihe nachzuleveln macht hier keinen Sinn. Eigentlich. Weil... Ach, das war dieses Ding des Aller halt, ne? Ähm... Einfach nur, weil eigentlich der Schaden, den wir mit dem Tipo macht, schon völlig ausreichend. Tipo ist eigentlich wirklich tatsächlich der Einzige, der wirklich richtig Schaden macht durch seine Spells. Ein Gong-Head, den machen wir noch nur. Und... Tschüss. Interessant auch übrigens, dass Tipo mittlerweile mehr Schaden macht als reicht. Obwohl sie die gleiche Waffe tragen. Aber gut, es liegt halt einfach daran, dass Tipo 2 Level höher ist. So. Eine Blutspur. Das muss Blut vom Monster sein. So. Und damit sind wir in der... In Nu ist Versteck angelangt. In der Nu ist Versteck? Ja, genau. Das war voll korrekt durch. So. Und hier haben wir jetzt... Weitere Kurs. Und... Fledermäuse. Und einen Untoten. Und wie ihr sehen könnt, der Untote wackelt. Bedeutet, er ist verwirrt. Deswegen wollen wir den Untoten erstmal in Ruhe lassen. Einfach nur, aus dem siebten Grund, weil die Chance besteht, dass er einen so einer Teammates angreift. Es sei denn, Ryu ist jetzt der Intelligenten greift den Kerl an. Äh, äh, den Untoten, meine ich. Gut, macht aber nicht. Und der Untote tut genau, was er soll und killt den Kerl fast. Ähm, wichtig ist hier noch zu sagen, Untote reagieren sehr giftig auf Heilmagie. Ähm, bedeutet, theoretisch könnte ich den Untoten jetzt einfach zu Tode hielen. Ja, das ist genauso blöd, wie es klingt, aber es stimmt. Und Untote haben einen Aktivitätswert, also einen Geschwindigkeitswert von Null. Das ist auch noch sehr wichtig. Ach komm. Okay, Reit, Reit ist hier echt gut. Naja, gut, was soll's. Äh, hier wollen wir jetzt noch nicht, oder wollen wir, doch hier wollen wir lang. Da, 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 da. Hier war, glaube ich, der Baunpile. Ja, genau. Ist ja was hier. Pfand ist, rumsädelt. Äh, der wichtig ist. Tatsächlich. Den werden wir nämlich für was ganz, ganz Besonderes aufheben. Nämlich einen Trick. Und den Trick, den zeige ich euch, weil den nutze ich auch. Sehr schön. Die Mordertops, wenn ich irgendwann verkaufen, weil die einfach überhaupt keinen Sinn machen, das ist im Prinzip einmal aufbrausen und sonst, nur halb zu stark. Also total dumm. Äh, den muss ich nämlich jetzt mit. Den muss verteidigt. Den muss verteidigt. Ihr fress Zeit, Kollegen. Und das war's. So. Ich würde sagen, sobald 3 Level 6 ist, werde ich mal meine Taktik anwenden, damit wir einfach ein bisschen weniger Gegner droppen. Äh, droppen. Was zur Hölle. Wenn ich nur kurz im erst darüber beschwert, wenn Leute sagen, ich droppe Item XY noch nie, weil es einfach dumm ist, weil eigentlich der Gegner das fallen lässt und nicht man selbst. Aber egal. So, ähm, Rai kriegt ziemlich auf die Fresse momentan, das ist irgendwie nicht so gut. Deswegen sollte ich langsam in der Sicht vielleicht nochmal Rai heilen. Vielleicht. Oder so. Tada. Und Rai ist Level 6. Wunderbar. So, dann möchte ich einmal kurz Raios heilen abusen. Einfach nur dafür. So, jetzt wollen wir ja erstmal hier runter. Denn hier... Näääh. Zu viele Gegner. Und das war's. 90. Wow. Gut. Und hier haben wir nämlich eine Leiche und da steckt ein Blockmesser drin. Das Blockmesser wollen wir natürlich gleich mal ausrüsten. Und zwar an... ...niemanden. Weil mein, äh, Plügelschläge genau das gleiche macht. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Äh, jetzt möchte ich... ...hier runter, oder? Ja. Oh, ich hab einen ganz blöden Fehler gemacht. Ich hab einen ganz blöden Fehler gemacht. Ich muss nochmal zurück. Uh, Mist. Hab ich es vergessen. Aber das ist nicht das Problem, hier hinten ist auch noch ein Item. Das Problem ist ja noch. Und zwar ist hier... ...noch ein Talisman. Und den rüsste ich Rio aus, weil Rio der wichtigste Charakter bei mir ist. Also den rüsste ich mir selbst aus. Näääh. Quasin. So. Und jetzt müssen wir nämlich nochmal runter. Ich hab nämlich noch was vergessen. Hier müssen wir lang. Der Blutsch befolgen, ne? Macht Sinn, glaub ich. Irgendwo. Weitere Curve. Der mit einem Schlag weg ist. Es ist halt wirklich... ...einfach nur... ...ä lächerlich. Die Gegner sind einfach nur lächerlich, wenn man... ...wirklich ein bisschen... ...ja, ein kleines bisschen überlevelt ist. Genau. Die Blutspur endet hier. Und hier bekommen wir nochmal 200 Senni. Das ist sehr schön. Und hier kann, glaub ich, gar kein Kampf. Ja. Hey. Ich glaub, ich hab's. Er wird ins Wasser gesprungen sein. Um abzuhauen. Ja, genau. Vermutlich hast du recht. Und wie kriegen wir ihn jetzt? Ich hab keine Ahnung. So. Naja. Damit hätten wir das geklärt. Ich hab natürlich ne Ahnung, wie. Denn, ähm... ...gan so schwer ist es tatsächlich gar nicht. Das ist eigentlich relativ logisch. Komm. Ja, sehr schön. So will ich das haben. Gott, die bringen wir drauf. Hilfe. Jetzt gehen wir nämlich wieder nach oben. Und... ...hier lang. Mh... Ne... ...und Kampf. Eine Fledermaus. Ernsthaft. Eine Fledermaus trennt mich... ...von... ...dieser Tür... ...ä... ...tyr, also von diesem Eingang. Okay, okay, jetzt habe ich es gerafft. Wir springen hier ins Wasser und lassen uns dann zu der Stelle treiben, die wir vorher gesehen haben. Genau! Hm, was meinst du, Rio? Habt ihr recht? Eigentlich schon. Okay, Rio, du sprichst das Erste rein. Was? Okay. Die Strömung ist ziemlich stark. Willst du einspringen? Ja! Luft. Luft. Und wir kommen genau da an, wo wir ein... schon die Höhle gesehen haben. Wo? Haha, siehste, ich habe es dir gesagt. Oh oh. Was wäre wohl passiert, wenn wir weitergetrieben wären? Ich vermute, es hat geklappt. Gehen wir. Und hier geht nämlich auch die Blutspur weiter. Heißt wir sind richtig? Und bevor wir hier weitergehen... Nö, doch, geht eigentlich. Es ist das Monster. Er sieht ziemlich geschafft aus. Das ist doch wohl einfach, Rei. Okay. Ich hoffe es. Naja. Und der Kampf gegen Nue geht weiter. So. Nue hat jetzt einige Sachen dazugelernt. Zum einen ist es, glaube ich, der Nue Tritt, der immer unterschiedlich Schaden macht. Und Nue kann sich nun auch rächen. Bedeutet also, dass wir am besten unsere MP von Ryu ein bisschen aufsparen, um Rei heilen zu können, da Rei nämlich tankt. So, mit Tipo wollen wir wieder Sinon machen, weil es einfach scheiß mir Schaden macht. Und... Einmal Schutz auch frei mit Ryu. So. Das dürfte reichen. Nue tritt. Aufrehen. 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 Und es hat nicht mal getroffen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Ihr macht es mir zu einfach. Wache. Ja. Das dachte ich mir. Und nochmal. Wow. Na gut. Beim nächsten Mal verheil ich ihn einfach. Weil so viel dürfte Nue gar nicht aushalten. Und nochmal. Es gibt einen Indikator, der zeigt, wie viel HP Nue noch hat. Ähm. Wenn er kommt, werde ich es euch sagen. Nue holt dir eine Furie. Ja. Problem ist, dass wir sie jetzt schnell killen müssen. Denn... Ansonsten... Beherrscht sie nämlich nun eine Attacke. Sie ist tot. Warte. Das war's. Ähm. Das Problem ist, in der letzten Phase beherrscht Nue eine Attacke namens Ruck. Das ist ein Donnerangriff gegen alle Ziele. Und das kann ziemlich böse wenden. Es ist tot. WTF? Hm. Es ist im Stehen gestorben. Als ob es so die Höhle hinter ihm schützen wird. Es... Es sind Junge. Aber es scheint, dass sie schon seit langer Zeit tot sind. Diese Nue wusste wohl nicht, dass sie bereits tot war. Sie hat ihn nämlich weiterhin Futter genommen. Und... Mann. Das war nicht gerade sehr helle, oder? Ich mein... Ihre... Irgendwann schon tot? Oh. Mann. Das haut er nicht um. Ja. Heftig, wa? Es ist also im Grunde genommen hat Nue nichts anderes gemacht, außer seine Jungen zu füttern. Das Ganze brachte nur leider zwei Probleme. Zum einen... War Nue eine Gefahr für das Dorf. Und zum anderen... Hat's gar nichts gebracht, weil sie eigentlich gar nicht mehr im Leben waren. Nur hat Nue das nicht gedacht. Ist eigentlich echt schade. Sieht so aus, als ob dich die Strömung fortreißen wird. Wenn du hineinspringst. Willst du springen? Ja. Das bringt's dann unnötig. Ich merke jetzt schon, es gibt Überlänge. Weil ich weiß, was jetzt alles noch kommt. Wie fühlt man sich, wenn man mal richtige Arbeit leistet? Hm? Richtige Arbeit. Wenn der Frühling kommt, erscheinen auch die Tiere wieder. Und das Leben wird angenehmer. Gratuliere! Ihr habt eure Arbeit gut geleistet. Warte eine Sekunde. Du wusstest, Nue hatte nur für ihre Jungen nach Futter gejagt. Und doch hast du uns sie töten lassen. Wenn ihr gewusst hättet, dass sie Junge hat, hättet ihr Nue dann am Leben gelassen. Das ist eine gute Frage. Weil das ist genau das, was ich meine mit den zwei Faktoren. Der Nachteil. Nue war eine Gefahr für das Dorf. Und so kam der Frühling doch noch. Der Frühling kam in die Berge und Wälder und zu den Menschen. Das war eine Le Phase. Vielen Dank.